und damit hallo und herzlich willkommen hier auf pnv simulation ich bin der bio begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich dass ihr einschaltet zu einem neuen lotos video hier auf diesem kanal und zwar haben wir eine neue straßenbahn die ich euch heute zeigen wollte das ist das ist eine fiktive straßenbahn die gebaut wurde von lasst mich lügen linien info 400 und das zusammen mit ricky lang gut die das ganze am 20 april am 22 am 20 april veröffentlicht haben und der download beträgt gerade bei 17 mb also leichtgewicht hier in punkto fahrzeuge die bahn wird nicht mehr weiter gebaut aha das ist natürlich schade bitte nur ngt 45.3 wechsel sobald verfügbar version 0.10 dies ist eine fiktive straßenbahn und ist eine anlehnung an kommen bino variobahn flag city und awenio m das ist meine erste straßenbahn ja können die update hat länger dauern aber dadurch dass er das projekte beendet hat ist wahrscheinlich der nachfolgende text eigentlich ja nicht mehr von bedeutung obwohl hier steht wiederum update 1 ne punkt also update 0.1.2 mein gott ist da klimaanlage auf dem dach klimaanlage sound cockpit sounds fenster stromabnehmer funktioniert und ja also wie gesagt das ist dieses modell wie ist die klimaanlage wir haben hier den stromabnehmer und können wir hier schauen also das ist schon sehr lange tram ich meine dafür dass es ein erstes fahrzeug ist muss man ja mal sagen oh das ist aber ein bisschen eng hier ich glaube die hat die ist zu 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 schmal und nochmal okay sie ist auch ganz knapp nur hier können wir zum beispiel durch diese rollen durchgucken das ist fett schon mal auf hier hängt irgendwie so eine glas ach nee das ist irgendein scheibenwächer der hier raushängt seht ihr das ach so warte mal ich muss ja mal wieder gucken das ist der scheibenwächer hier der hier raushängt so was haben wir hier noch okay können wir jetzt erstmal nichts machen von weiten hier ist irgendwie so eine ausbuchtung das sieht er hat das halt wirklich alles in stücken gebaut hat hier auch das faltenbalg drin ja also das ist hier auch schon sehen wir jetzt noch was scheinbar sehen natürlich ein bisschen komisch aus diese wenn das spiegel sein sollen ich würde jetzt eher tippen auf kameras oder sowas spiegel kann ich mir eigentlich in der regel nicht so vorstellen haben wir hier auf jeden fall noch eine relativ lange eine lange bahn hier auf jeden fall ein zwei drei vier fünf sechs sieben abschnitte also sie kommt dem flex city schon sehr nah außer dass sie vielleicht ein bisschen eckig ist und wenn wir mal schauen das ganze ist natürlich wieder mal mit blender gebaut wurden womit man natürlich die meisten sachen natürlich hier selbstverständlich modelliert kleinere sachen wo man zum beispiel sieht die schließen nicht ganz ab wie hier zum beispiel also das schließt nicht hundertprozentig ab allgemein schließt überhaupt nirgendswo ab texttouren weiß ich nicht ob die jetzt irgendwoher stammen da will ich mich mal jetzt ganz dezent zurückhalten dann schauen wir uns mal den innenbereich an ach so okay das ist hier auf jeden fall der innenbereich können wir uns jetzt hier noch bewegen nein nein wir können leider nicht im cockpit sitzen was natürlich ein bisschen sehr schade ist im kopf da schon hier im fahrgastraum aber wir können uns auch natürlich so mit der kamera bewegen an sich die sitze sind relativ gefühlt sehr hoch positioniert also wenn man sich das mal zum vergleich des fensters hier anschaut ja sind sie doch relativ hoch und texturen sind eigentlich so gut wie keine vorhanden also doch es ist irgendeine textur vorhanden wir haben einen stopptaster wir haben hier den öffnen taster der sieht ein bisschen aus als ob der vom ja als ob der von dem gt übernommen wurde genauso wie diese leuchtlampe hier oben zumal es auch proportionsmäßig nicht wirklich passt ja dieser tasse der ist ja überdimensional groß im vergleich zu der tür eigentlich ja muss man mal schon sagen also ja das ist wahrscheinlich geschmackssache es ist ein wie gesagt effektiver bahn wir kritisieren hier nicht wir wollen nur mal zeigen was uns vielleicht jetzt nicht so gefällt was man eventuell noch verbessern könnte in den nächsten updates ja also nicht dass ihr jetzt denkt oder so weil ich jetzt hier euch ein paar sachen zeige dass ich mich jetzt über solche arbeit lustig mache um gottes willen das mache ich nicht und werden die letzten videos alle geschaut hat von mir hier die rund um lotus passieren bis oder weiß bisse bisse weiß natürlich dass ich hier solche arbeit sehr schätze ja also das hat nichts damit zu tun dass ich jetzt hier rund um bohne alles niederschmetter oder sowas sondern das sind echt wirklich nur verbesserungsvorschläge die meines erachtens seit dem dem erstellerheit gesagt werden muss ja was der ersteller daraus macht das ist natürlich dann seine sache er kann das natürlich kritisch aufnehmen er kann aber auch sagen alles klar das könnte man so machen das könnte man so machen und daraus könnte eventuell was großartiges werden ich weiß es ja auch nicht ich bin halt auch kein held vom land oder sowas ne ich muss natürlich auch immer so ich arbeite auch jetzt zurzeit viel mit blender und er hat mir dann natürlich auch meine patrix schon zusammengelegt aber ich selbst habe zum beispiel noch keine straßen mal gebastelt also ja da könnte man eigentlich schon sagen ja was regst du dich denn darüber auf mach erst mal du und dann schauen wir mal weiter das natürlich ist jeder seinem guten recht ne aber wie gesagt ich möchte das ganze hier nicht kritisieren sondern einfach mal nur mal so ein bisschen zeigen ja was mir hier so auffällt hier sehen wir zum beispiel passt diese ganze konstruktion irgendwie nicht wir haben hier vorne also hier ist es nicht abgeschlossen wir haben hier nicht abgeschlossen hier unten ist es nicht abgeschlossen ja also es sind halt wirklich viele sachen die natürlich ja raus stoßen ich weiß auch nicht wie er das zum beispiel gebaut hat baut er hier mit fertig also mit festen körpern oder baut er das ganze zum beispiel über ja über diese plane das ist halt auch wie immer wieder so eine interessante frage die man gerne mal so ja wissen möchte wie man denn halt so baut auch hier vorne sieht man es halt ganz schön dass er hier an gerade an dieser stelle siehst du das dass er verschiedene elemente benutzt also er arbeitet hier auf jeden fall mit mindestens drei körpern und zwar haben wir hier einmal diese querstange zur fensterscheibe und hier haben wir hier diesen umbau also hier den die seite und hier die front und das alles harmoniert natürlich nicht komplett also dann müssten die textur noch angepasst also die objekte an sich noch angepasst werden entschuldigung wartet ist das wenn ihr so viel redet und dann fängt der hals irgendwann an zu kratzen und traumhaft ja also wie gesagt das sind jetzt nur mal so sachen die mir jetzt mal schnell spontan auffallen auch kommen diese leuchten hier bekannt vor die sind halt auch überdimension riesig aus schön ist auf jeden fall da das ganze ja ein test versuch ist wir haben hier oben schon so eine ziel matrix drin mal schauen ob das ganze funktioniert wenn wir jetzt hier können wir aktuell noch nichts machen aber ich habe einen fehler gemacht ich hätte die wahrscheinlich schon aufgerüstet setzen müssen kann das sein ja sieht so aus als ob ich sie hätte aufgerüstet setzen müssen habe ich jetzt natürlich nicht gemacht dadurch funktioniert hier eigentlich gar nichts kann hier nichts bewegen denn lernen wir noch mal neu und sagen favorit ja genau ja dass die das nicht gebacken bekommen verstehe ich nicht warum die lotus endlich mal nicht so stabil machen kann dass man einfach wenn man so eine billige einstellung macht dieser simulator einfach nicht abstürzt also das kann einfach nicht so schwer sein andere spiele schaffen es doch auch mein gott ich habe jetzt nicht überdimensionale grafikeinstellungen jetzt vorgenommen ich habe einfach eingestellt er soll die straßen mal einfach fertig platzieren und er stürzt bei diesen einstellungen ab meine güte das ist ja das soll jetzt eigentlich nicht passieren denn wir waren ja gerade auf der diorama karte naja warum sollte man noch die einstellung speichern die man ja zuvor denn eingestellt hat das wäre ja auch zu viel verlangt ja ihr merkt schon so ein bisschen ja ich zweifle nicht an den lotus simulater um gottes willen aber es ist es ist gerade so eine so eine phase wo man einfach das gefühl hat dass gerade der absolute stillstand da ist ja also wenn man dann halt noch von entwicklern also von von seiten von von allen seiten hörte dass der entwickler sich mittlerweile sich jetzt daran setzt um mini spiele fertig zu kreieren ja anstatt sich an den großen simulator heranzusetzen um das ding weiter zu pushen ja okay das ist halt entscheidungen des entwicklers da mische ich mich halt nicht mit ein ich persönlich finde es halt bloß irgendwo hätte man die ressourcen nicht irgendwo anders einsetzen können ist egal ich würde mich da jetzt gar nicht so aufregen so wir sind jetzt hier auf jeden fall ich hoffe er hat es jetzt übernommen das sieht schon wieder nicht so aus warum auch man ernsthaft so jetzt sind wir das noch mal neu starten ich sag ja warum warum sollte man das abspeichern dass das ja so da kann man auf jeden fall die diorama karte wieder nehmen dann passt das und dann hoffe ich mal dass das jetzt gespeichert hat und wir jetzt endlich mal eine runde drehen können mit ja dem mit der neuen straßenbahn die gesagt jetzt im workshop erhältlich ist sie können sie euch natürlich alle schon komplett runterladen ihr seht das funktioniert obwohl das eben schön in der miete aufgeklatscht ist traum habt so linie so was haben wir denn hier ich glaube ich habe nämlich keine hofdatei drin aber sollte uns jetzt in der regel auch nicht stören denn wenn ich jetzt hier zum beispiel sage linie 0 68 steht hier schon mal die 68 drin und doch wir hätten 4 3 auf jeden fall hätten wir machen wir ziel 003 hätten wir ostend buchenstraße also das haut auch hin ja sonst blinker ok ok aber schon sagen es ist schon eine leistung dass das hier auch ganze leuchtet und alles was und wenn das natürlich alles selbst gemacht hat also dann wirklich hut ab dafür so war mal eine runde drehen hier mal schauen wie sich das ganze verhält leider kein fahrsound schade so schauen wir uns mal an und dann seht ihr natürlich das ist schon ja scheinwerfer sind auch nicht drinnen wir haben zwar und zwar wird die matrix beleuchtet die scheinwerfer allerdings nicht ja jetzt natürlich die ganze zeit so schön rum hier auf jeden fall ist sie schon sehr lang ist sie ist schon sehr lang wahnsinn so ja also seht dann funktioniert alles haben wir jetzt auch mal ein bild gemacht wie gesagt töne sind noch nicht vorhanden so wie viele weitere sachen ich weiß jetzt nicht ob das jetzt halt ich sag mal wenn er schon sowieso von vornherein schon weiß dass er das ganze nicht wirklich weiter baut frage ich mich denn warum er es dann veröffentlicht hat das ist halt ich meine klar zum testen auf jeden fall alle mal eine gute sache damit man mal sagen kann hier passt mal auf ich habe mir meine erste straßenmann schaut euch mal an und gibt mir mal ein paar tipps oder sowas ja aber sie bleibt halt jetzt nicht ewig jetzt auf steam erhältlich also wenn er da jetzt ne sowas in der form mich erinnert das tatsächlich an der die allererste ozmt die von karadamir bloß dass das vom vom innenleben doch ein bisschen ähm tja wie sagt man ein bisschen besser modelliert war aber hier muss man wirklich sagen er ist schon relativ weit auf jeden fall was das ganz mit der matrix funktioniert also wie gesagt ich hab davon ja keine ahnung das ist das wird wahrscheinlich alles so so die fertigen scripts aus dem gt6 sein gehe ich mal stark davon aus ähm wahrscheinlich einfach nur so ein bisschen copy paste oder sowas ich weiß es nicht wie gesagt dafür kenne ich mich zu wenig aus das macht ja sonst immer der kira der das ganze ja bei dem kt4d macht ne von blv den ja die straßenbahn das ist auch neu ach guck mal hier fehlt der boden hä du konntest doch gerade durchgucken warte mal naja das ist zum beispiel so ein typischer blender fehler hier den wir hier haben gerade hatten wieso es jetzt auch wieder weg ist also ich konnte ich konnte gerade durchgucken holy shit veräppelt mich hier gerade was ne also wie gesagt also wenn ihr euch wie gesagt selbst mal anschauen wollt ihr könnt ihr gerne mal vorbeischauen ich weiß auch dass dass da schon weitere projekte laufen ähm im hintergrund die ich natürlich jetzt hier nicht groß verraten möchte ne soll mal schön seine sache sein dass dann das ganze dann mal irgendwie mal postet veröffentlicht oder sonstiges ähm ihr könnt ja gerne mal so eure meinung in die kommentare posten was ja sagt ihr denn halt dazu dass das wie gesagt sein erstes werk ist ja also potenzial ist auf jeden fall da weil das mit dem scripten scheint ihm teils zu gelingen also was heißt teils zu gelingen es scheint ihm zu gelingen ja also ist dadurch schon deutlich weiter als ja zum beispiel meine wenigkeit also meins ist immer noch im rohbau aktuell immer noch ein blender und äh weiter hab ich es bis jetzt noch nicht gebracht aber wer weiß äh kommt die zeit ne kommt denn irgendwann die lok und lassen wir uns da am besten einfach mal überraschen was das ganze bringt auf jeden fall so für den ersten für die erste straßenbank muss ich ganz ehrlich sagen ja ist schon cool ja warum keine updates mehr kommen kann er uns ja vielleicht eventuell ja selbst hier in die kommentare posten und ähm ihr könnt wie gesagt eure meinung dazu mal schreiben was haltet ihr davon was könnte man besser machen oder oder ne ihr wisst ja wie mittlerweile wie das funktioniert und auch möchte ich mich hier noch wie gesagt nochmal äh kurz fassen und sagen hier dass ich nichts kritisiere ich äh stoße nur drauf hin und äh wie gesagt schätze diese arbeit die diese jungs hier mit diesen ganzen mods machen ähm das ist wirklich harte arbeit sowas machst du nicht von heute auf morgen und ähm da sollte sich keiner irgendwie die erlaubnis rausnehmen äh irgendwelche arbeit zu kritisieren wenn er es selbst noch nicht mal probiert hat na also von daher äh hoffe ich wie gesagt auf gutes gelingen wir sehen uns wieder zum nächsten lotus video verabschiede mich hier sage danke fürs zuschauen ihr lieben tschüss und äh bis zum nächsten mal tschüss tschüss tschüss